Deborah van Falkenböre ist eine US-amerikanische Film- und Theaterschauspielerin. Van Falkenböre begann ihre Karriere am Broadway in der Musical-Adaption Hair. Weitere Bühnenauftritte folgten. Ihr Filmdebüt gab sie 1979 in dem Thriller The Warriors. Ihren Durchbruch erzielte van Falkenböre jedoch erst in der von 1980 bis 1985 produzierten Sitcom Too Close for Comfort. In den frühen 1980er Jahren belegte sie für kurze Zeitkurse als Krankenpflegerin an der New York University of Social Work, blieb jedoch der Schauspielerei treu. Heute lebt Deborah van Falkenböre in Los Angeles. Wirken Theater Honeybee The Tempest Six Characters in Search of an Order Hey Fever When Did You Last See Your Mind? Jolente It Art Artwork Minuzemen A View from the Bridge Money's Kid Don't Cry The Children's Hour Film 1979 Die Warriors 1984 Straßen in Flammen 1985 Hotel 1988 Keckney & Lacey 1990 MacGyver 1992 Pickett Fences Der Tortgartenzaun 1993 Zurück in die Vergangenheit 1995 1995 Star Trek Deep Space Nine 1997 Mean Guns 1998 Chicago Hope Endstation Hoffnung 2001 Crazy Love Hoffnungslos verliebt 2004 Emergency Room 2005 The Devil's Rejects 2005 Cold Case Kein Opfer ist je vergessen 2008 Jasper Park Ausflug in den Tod 2 6 5 5 Untertitelung des ZDF, 2020